Hallo zusammen, ich hier ist wieder Deutsche Lahn und ich bin wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs und sollte euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den ihr findet unter Berufe und dann Ingenieurskunst und hier haben wir das Achievement, ihr wolltet es nicht anders. Und dafür müssen wir folgendes machen, bekommt was ihr verdient. Und ja, es wird schon rausgefunden, was wir dafür tun müssen. Wir brauchen einmal ein Item und zwar den Wechselblaster, den kann ein Inji herstellen. Wenn dann ihr craftet ihn euch selber, so wie ich das getan habe, oder ihr könnt ihn auch im Auktionshaus kaufen, das bleibt sich relativ gleich. Sprich, ihr müsst dafür nicht unbedingt Ingenieur sein. Und jetzt ist es so, dass ihr in eine am besten Instanz geht. Wo es funktionieren soll, ist hier die Akademie von Algeta, das ist quasi hier oben das Instanzportal in Zaldrassos, auf den Koordinaten 58, 42. Und dann habt ihr einen anderen Spieler am besten, der da mit euch reingeht, in eurer Gruppe ist. Und dann setzen wir den Wechselblaster auf den anderen Spieler ein und fliegen selber runter, also töten uns quasi. Und seht ihr, jetzt haben wir das Achievement einmal bekommen. Ich habe das auch in Waldracken getestet, da hat es nicht funktioniert, warum auch immer. Aber im Endeffekt ist es für die Leute, die immer andere Wechselblastern wollen und sie damit umbringen wollen. Und dann haben sie quasi das bekommen, was sie verdienen, und zwar sind selber gestorben. Witziges kleines Achievement und ja, mehr ist es tatsächlich nicht. Ich drücke euch die Daumen, dass es bei euch klappt. Und wie gesagt, geht am besten in eine Dragonflight-Instanz. Hier in Akademie von Algeta klappt es auf jeden Fall. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.